Yo, herzlich willkommen bei einem neuen Part Battlefield BlackBerry. Hier meldet sich der Alex und wir sind heute wieder mal zu einer neuen Episode des genialen Shooters dabei. Heute stelle ich euch die Anfangswaffe des Pionier vor, der Urschleim allen Übels. Hier werde ich euch die PP2000 zeigen. Sie ist nicht gerade eine der besten, also man kann schon sagen, sie ist eine sehr schlechte Waffe. Und ich möchte euch trotzdem zeigen, wie diese Waffe ihre Stärken ausnutzt oder ihre Schwächen hervorzeigt. Auf jeden Fall zeige ich euch heute mal dieses schöne Stück hier. Ihr könnt es mal betrachten, hier in meinem Arm. Und sie hat einen niedrigen Schaden. Das ist ja schon mal ganz toll, ne? Für eine Pionierwaffe. Uli ist kein Sturmsoldat, es ist auch kein Medi. Sie hat nicht viel Maka. Und sie hat auch Prezessionmittel, also nicht ganz derbe. Sie reicht für den Anfang aus, ist aber dann weiterhin, dann, ach du scheiße, legt das gerade. Ist aber dann für den Weitergang gebraucht nicht gerade gut. Und jo. Ihr seht, ich habe den jetzt gerade eben, weil die Präzision Mittel ist und das Ding immer hochzieht. Ähm, habt ihr gerade gesehen, dass ich mir im Dienst so wenig Damage gemacht habe. Jetzt habe ich gerade eben das Ding mal unter Kontrolle bringen können. Und diesen Typen da vorne eins in den Kopf ballern können. Das war dann jetzt ein Sniper gewesen. Und ja, ähm, die Präzisionsmittel, der Schaden niedrig. Dann haben wir noch die Munition, die beträgt 22. Habt ihr in vier Magazinen. Ich wollte jetzt eigentlich aussteigen und losballern, aber ich musste mich erstmal orientieren, um das hat zu lange gedauert. Gut. Dann die Munition ja 22 auf vier Magazinen. Und die Reichweite ist mittel. Das heißt, ihr könnt auch nicht auf sehr langen Strecken das Ding irgendwie gut einsetzen. Sondern ihr braucht den Gegner schon möglichst nah. Dann haben wir eine Feuerrate von schnell und vollautomatisch. Das ist jetzt, äh, fast schon Standard bei den ganzen, ähm, Pionierwaffen. Und ist aber auch sehr hilfreich. Dann brauchen wir den noch gleich. Nein, der war schon. So, ist hier irgendwo jemand? Ja, da war einer, aber sein Untermann hat, äh, noch ein bisschen mehr Magazin an sich. Da seht ihr, dass die 22 Schuss bei schlechten Zielen und bei diesem niedrigen Schaden sehr schnell draufgehen, um vielleicht nur eine Person zu töten. Das ist jetzt, äh, nicht grad toll. Ist überhaupt nicht toll. Also, man kann's nicht gut so reden. Das ist einfach scheiße. Gut. Das Ding hab ich jetzt aber noch ausgestattet mit dem Rapid Aim Red Dot Visier, dem, ähm, Taktischen Schaft und, wo war jetzt da hier einer? Taktischen Schaft auf jeden Fall. Dem Predator Lauf und dem, ähm, Viper Magazin. Was mir jetzt schon ein bisschen mehr aus dieser Waffe, äh, rausholt. Oder was generell ein bisschen mehr bringt. Sonst wäre diese Waffe total scheiße. Also, das wäre dann, totales hier Lump. Kaufen kann man sie sowieso nicht. Als Pionier hat man sie von Anfang an den Übel hier. Ähm, bringt das auch nicht grad viel. Also, man sollte sich dann demnächst entweder eine neue Waffe holen oder diese hier halt sehr gut aufmotzen. aber steht eher zu zweiteres tendieren. Yo, schmarrt's hier. Yo, Senderkirch oder so. Die Waffe kann ich jetzt hier grad mal nicht gut demonstrieren, wenn hier grade kein Gegner vor Bildfächer rumtanzt. Wo schießt denn der? Verdammt, da musste ich nachladen und bin ich drüber gegangen. Der Killer's Trash, also der Mülleimer vom Killer, natürlich. Also, ich habe diese Waffe für den Anfang gemacht. Ach, da war ich mich überrascht. Ziehen wir uns mal schnell nicht kurz rein? Nein! Du willst mich doch messern, oder? Du willst mich doch fahrern, oder? Der Messer, der mich der Arsch hier, der will bohren. Bin ich da als Sporn? Na, hab schon, bin ich zu glücklich. Dann wäre ich jetzt ausgerastet. Das ist wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Ist jetzt wo das nächste Fahrzeug? Ist hier nicht. Toll. Ist hier unten noch eins? Ne. Ist halt scheiße, wenn man sich hier nicht so schnell fortbewegen kann, ne? Gut. Oder halt auch nicht gut. Die PP2000 auf kurze Reichweite. Oder wie ihr seht hier, hab ich mal ganz kurz was ziehen können. Habe ich mal ganz kurz ein wenig Schaden machen können. Da ist das Macker auch schon wieder leer. Aber das geht sehr schnell. Und das Macker auch schon wieder leer ist hier vorne wahr sein, ne? Ja! Scheiße! Zu langes Nachladen und ein Sniper, der besser trifft als ich mit einer vollautomatischen Pionierwaffe. Das bringt dann schon nicht grad viel für mich. So, Autos. Ich brauch Autos. Oder sind die alle noch im Umlauf? Sporen die nicht mal nach. So, so ich mal die reine Kalle mal drühe. Ja. Für den Arsch. Da ist niemand. Ah, gehört uns. Also machen wir auf zu... Ja, komm schon. Komm. Komm, komm, komm. Den hol ich mir. Komm schon. Ah. Ich bin ja beim Laufen schneller. Da hat er das Ding runter gewollt. Ich glaub... Ich wollte es grad reparieren, mein Kollege, aber... Das wird anscheinend dann nicht. Scheiße. Komm schon. Aber da ist ein Auto. Das rollt den Hang jetzt runter. Das machst du am besten nicht. Auf nassen Gras lässt es sich schlecht fahren, aber probiert es trotzdem. 30 Stundenkilometer kann noch was gehen. Ah. Ja, schön, dass ein Auto schießt mit einer vollautomatischen Pionierwaffe. Nachher. Na, kommt ein großes Kaliber angefahren. Scheiße. Kommt ein großer Panzer angefahren. Ist der hier wieder da? Ja, war klar. Da oben. Und da haben wir gesiegt. Aber ich hab nicht viel machen können. Gut. Also die PP2000 nur auf Kurzdistanz mit einem niedrigen Schaden, einer mittelnden Präzision. Die es dann noch rausholt. Trotzdem bringt die Reichweite nicht viel. Die Feuerrate rettet es dann noch mit der Präzision ein wenig, dass man da ein wenig Schaden erzielt, um den Gegner leicht down zu bringen. Es ist auf solchen großen Maps, die ich gerade eben gezockt habe, nicht sehr hilfreich, diese Waffe zu nehmen. Ich würde es dann eher auf kleineren Maps, beziehungsweise Maps in der Stadt oder so bevorzugen. Und ja, das wäre meine Empfehlung. Kaufempfehlung ist er sowieso nicht. Also für irgendjemanden, der jetzt unbedingt sich das Ding holen muss, weil er es meinetwegen irgendwie nicht mehr hat. Wie das gehen soll? Also keine Ahnung. Auf jeden Fall aufmotzen, weiß ich nicht, ob das sich so richtig lohnt. Denn wenn man jetzt schon, wie ich hier, das ordentliche Rad draufgepackt hat und es trotzdem noch nicht so viel bringt, ist es fraglich, ob es dann überhaupt was bringt, die Waffe aufzumotzen und ob man dann nicht lieber eine neue kauft. Das wäre meine Empfehlung an euch. Bis zum nächsten Video. Haut rein.